Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Runde Starstip und derzeit gibt es einen super lustigen Fehler im Spiel, mit dem ihr zu einem Riesen werdet und das zeige ich euch jetzt. Am besten könnt ihr das ganze machen, wenn ihr euch einfach einmal re-loggt und direkt hier bei Big Bonnie wieder einloggt. Alternativ könnt ihr auch einfach auf euer Pferd aufsteigen und versuchen, Big Bonnie gleichzeitig mit dem Absteigen anzuklicken. Das ist aber ein bisschen schwierig möglich. Deswegen ist es leichter, wenn ihr euch einfach re-loggt und dann so ein bisschen die ganze Zeit so auf Big Bonnie drauf klickt. Dauert manchmal ein bisschen, bis ihr in dieses Menü von Big Bonnie reinkommt, da sie derzeit auch ein bisschen überlastet ist. Ihr seht es gerade selber, aber wenn ihr es geschafft habt, steht ihr neben der guten Big Bonnie und dann könnt ihr das hier machen. Ihr könnt einmal euer Pferd klein machen und auch alternativ zum Auto machen. Dann könnt ihr euer Auto nebenbei führen, aber ihr könnt das ganze auch so machen hier. Dann habt ihr nämlich euer Pferd hier in Minimäßigen Modus. Könnt ihr es dann auch rufen und dann kommt dann hier irgendwo euer Minifferd hier angerannt. Ihr könnt euer Pferd dann euch folgen lassen und dann könnt ihr sozusagen ein bisschen hier eine Auf-Haustier-Action machen. Nämlich euer Pferd folgen lassen. Dann seht ihr hier, dann habt ihr euer kleines Minifferd, was euch hinterher rennt. Alternativ könnt ihr aber jetzt auch einfach an die Line nehmen. Doch das ist noch nicht alles, denn was könnt ihr damit noch machen? Ihr könnt auch einfach auf euer Minifferd hier aufsteigen und dann seid ihr urplötzlich normal groß und jetzt kommt der Clou, nämlich der Megatrick, wie ihr zu einem Riesen in Star Stable werdet, denn ihr klickt einfach Big Bonnie noch einmal an. Ja, ihr müsst wieder ein bisschen draufklicken, denn das dauert manchmal ein wenig länger. Wichtig dafür ist übrigens hier, andere Spieler sehen euch natürlich völlig normal. Ihr klickt einfach weiter drauf, bis die gute Big Bonnie dann endlich mal ihr Menü öffnet. Das dauert manchmal ein wenig länger, ist ein bisschen blöd gerade derzeit, dass es irgendwie ein bisschen länger dauert. Aber sobald das Ganze hier funktioniert und Big Bonnie ihre Sprechblase öffnet, hat übrigens nichts mit diesem Fehler zu tun. Big Bonnie braucht einfach derzeit bei allem ein wenig länger. Also einfach hier sozusagen ein bisschen draufklicken, bis Big Bonnie das Ganze ermöglicht und irgendwann wird dann Big Bonnie auch ihre Sprechblase dann hier finally für euch verfügbar machen. Keine Ahnung, warum das gerade jetzt so lange dauert. Jetzt habe ich das gerade hier und dann sagt ihr nämlich genug der alten Zeiten und schon macht ihr euch dann groß und werdet natürlich dann genauso groß. Jetzt ist es ein paar Dinge, die ihr berücksichtigen müsst. Punkt 1, wenn ihr jetzt absteigt, werdet ihr für Cheaten gekickt. Wichtig, nur gekickt. Ihr werdet nur aus dem Spiel rausgehauen. Mehr auch nicht der ganzen dann. Also ihr könnt euch danach direkt wieder einloggen und alles ist gut. Wenn ihr das Ganze beenden wollt, am besten einfach mal reconnecten, also neu ins Spiel reingehen. Und was könnt ihr jetzt noch machen? Ihr könnt auch übrigens jetzt hier Big Bonnie anklicken und könnt dann auch noch sagen, dass ihr nämlich gerne ein Auto fahren möchtet. Und dann habt ihr einfach hier euer Bobbycar und habt ein riesiges Auto, mit dem ihr hier in der Gegend rum verbessert. Ihr seid eigentlich nur groß. Euer Auto ist eigentlich normal groß. Das könnt ihr dann das Ganze machen. Sieht ein bisschen lustig aus, sieht ein bisschen dämlich aus. Und so könnt ihr also dann Riese in Star Stable werden. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.